So, eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt, das macht Spaß, das kostet nur eine Mark. Das ist die Folge 88 und heute reden wir darüber, warum entalgolisierter Wein nicht bio sein kann. Frankreich hat Italien platt gemacht, hat sie endlich überholt wieder nach neun Jahren in der Weinproduktion. Ob das jetzt gut ist, sei jetzt mal dahingestellt, weil sie zwangsdestillieren ja quasi bald. Das machen die Deutschen übrigens eventuell auch. Deutschland denkt über die Krisendestillation nach. Es gab einen Haufen graurige und auch schwierige Meldungen diese Woche in der Branche. Es gab ein Restaurant in Bordeaux, das mit Vergiftungen und leider auch am Todesfall zu kämpfen hat. Krasse Hagelstürme in Deutschland und in Österreich. Es gab einen Hackerangriff auf Wein & Co. Und dann haben wir noch ein paar Marketingthemen dabei von Jack Daniels und Michelin, der großen Marke Michelin. Wir klären die Frage, was hat Wein eigentlich mit Reifen zu tun? Und zum Schluss drei coole Themen in der Celebrity Corner, unter anderem mit Cameron Diaz, mit Kylie Minogue und Snoop Doggy Dogg. Viel Spaß! Willkommen zur Bino & Pixel Podcast Folge Nummer 88. Kurz vor dem Oktoberfest in Deutschland, mitten in der Sturmzeit in Österreich. Was das bedeutet, klären wir alles in dieser heutigen Folge. Bevor wir in die Weekly News der Weinbranche starten, es gibt auch wieder mal was Neues im Winey Art Club. Die Lesezeit ist da jetzt mittendrin statt nur dabei. Überall wird gelesen und das gilt auch für den Winey Art Club. Unser diesjähriges Partnerweingut ist in Franken. Und die erste Abstimmung ist schon durch. Wir haben die erste Frage rausgegeben, machen wir ein Bettnaht oder machen wir Weißwein? Und mit knapp 62% hat sich die gesamte Community für Petnut entschieden. Das heißt, wir werden in Kürze das Weingut Neumaster in Franken begleiten bei der Herstellung von Petnut aus weißen Rebsorten. Ziemlich coole Sache für alle, die jetzt denken, hä, was ist Winey Art Club? Was macht das in dieser Folge? Der Winey Art Club ist eine Community von Gleichgesinnten, die gemeinsam ihren eigenen Wein machen. Und wir haben das letztes Jahr mit dem Weingut Keller Künstler gemacht. Wir haben einen sehr, sehr coolen Rotwein daraus gemacht, der jetzt noch im Keller liegt und vielleicht Ende des Jahres dann auf die Flasche kommt und ausgeliefert wird. Und wir freuen uns über jeden, über jede, die dabei sein mag. Sprecht mich einfach an, schreibt eine Mail oder schaut auf wineyart.club. Dort gibt es die Möglichkeit, Mitglied im Club zu werden. Ich halte euch in diesem Podcast auch natürlich auf dem Laufenden, was dort so passiert. Aber jetzt geht es erstmal um die wöchentlichen Views der Branche. Und wie ich es schon angeteasert habe, unter anderem geht es heute, und damit starten wir auch rein in die Folge, die Frage, kann ich einen entalkoholisierten Wein Io labeln oder nicht? Wir haben in der Folge 87 schon darüber gesprochen, was jetzt alles Neues aufs Etikett kommt. Und da geht es natürlich auch darum, was darf ich auf das Etikett schreiben, wenn ich zertifiziert bin bei bestimmten Dingen. Es gibt Zertifizierungen mit offiziellen Labels für Vegan, für Bio, für Demeter, für weiß ich nicht, was es noch alles da an Dingen gibt, die ich mir aufs Etikett packen kann. Fakt ist, wenn ich ein Produkt habe, das biologisch zertifiziert ist, darf ich das entsprechend zugehörige Logo dann natürlich auch benutzen. Das gilt nicht mehr, sobald dieses Produkt durch die Kolonne gelaufen ist und entalkoholisiert wurde. 2021 ist ja dieses Gesetz verabschiedet worden von der EU, das eben für entalkoholisierte Weine auch, ich sage mal, bestimmte Dinge festsetzte, bestimmte Dinge aber auch nicht ganz klärte. Und momentan gibt es so eine Übergangsvereinbarung, die eben sagt, wenn ihr einen Wein habt, der zwar ursprünglich Bio war, aber entalkoholisiert wurde, dürft ihr seit diesem Jahr leider nicht mehr draufschreiben, dass es ein Bio-Wein ist. Ihr dürft ihn auch nicht mehr mit den Bio-Labels versehen. Es gibt ja dieses EU-Logo für biologische Landwirtschaft. Das darf alles nicht mehr drauf. Es ist jetzt in Klärung und momentan sagt der Zeitplan der EU, dass sie es wahrscheinlich bis Ende 2. Quartal 2024 irgendwie geklärt haben. Bis Ende diesen Jahres dürft ihr noch auf die Flasche schreiben, entalkoholisierter Wein aus Bio-Wein. Und alles, was danach kommt, darf leider nicht mit Bio-Siegel versehen werden. Die genaue Bezeichnung ist übrigens entalkoholisiertes Getränk aus Bio-Wein. Das muss bis 29. September hergestellt worden sein und bis 20. Oktober abgefüllt. Und tatsächlich bis Ende des Jahres auch auf dem Markt. Also alles, was am Januar in den Markt kommt, darf das nicht mehr haben. Da muss komplett ohne Bio-Siegel gearbeitet werden. Und da darf dann eben nur draufstehen, entalkoholisiertes Getränk oder entalkoholisierter Wein. Ja, also ist natürlich so eine wissenschaftliche Frage und natürlich auch vielleicht eine philosophische Frage, kann ein Wein, der im Sinne der ökologischen Landwirtschaft hergestellt wird, noch diese Philosophie auch bedienen, wenn ich den mal durch so eine Kolonne durchgejagt habe. Und egal, ob ich das bei 28 oder bei 78 Grad mache, passt das noch zur Philosophie oder nicht? Das zweite ist natürlich, ob die mechanische Verarbeitung vielleicht auch aus wissenschaftlicher oder einfach nur aus weinrechtlicher Sicht so noch Sinn macht und erwähnt werden darf. Ich kenne mittlerweile ein, zwei Betriebe, die haben bewusst zu Beginn auch für die Marketingkommunikation auf Bio-Grundprodukte gesetzt, die mittlerweile gesagt haben, wir dürfen es momentan nicht draufschreiben. Es interessiert die Leute auch nicht, die wirklich danach fragen. Und es ist auch entsprechend der Mengen, die ich momentan entalkoholisieren muss, um überhaupt entalkoholisierten Wein zu bekommen, von diesen Lohn entalkoholisieren, schwer, da überhaupt halbwegs, sagen wir mal, gesunde, wirtschaftlich gesunde Preise zu bekommen. Deswegen, ich kenne mittlerweile zwei Betriebe, die haben gesagt, und es sind keine kleinen, wir stellen jetzt um, die Grundweine sind nicht mehr Bio, sondern es sind ganz normale, konventionelle Weine, die sind günstiger im Einkauf, wir dürfen es eh nicht draufschreiben. In der Kommunikation momentan geht es den Leuten im Wesentlichen um ein entalkoholisiertes Produkt und nicht um den ökologischen Ansatz dahinter. Das ist eine Entwicklung, die ich sehr schade finde, nur ich kann es auch irgendwo aus wirtschaftlich nachhaltiger Sicht ein Stück weit verstehen. Vielleicht wird sich das wieder ändern, vielleicht sagt die EU Mitte 2024, wir dürfen es wieder, aktuell ist der Stand der, dass wir es nicht dürfen. Eine Meldung kam aus Frankreich, beziehungsweise aus Italien und Frankreich. Die Weinproduktion im letzten Jahr in Frankreich ist erstmalig seit neun Jahren wieder höher als die in Italien. Normalerweise waren die immer so zwischen Platz zwei und drei unterwegs. Italien war seit 2015 immer über Frankreich und jetzt ist Frankreich das erste Mal über Italien gerutscht. Mehrere Gründe gibt es dafür, die Franzosen haben natürlich sehr, sehr viel produziert. In Italien ist durch Peronospara und sowas einiges ausgefallen. Das ist jetzt nicht wirklich eine ruhmreiche Geschichte für beide Seiten. Auf Italiens Seite bedeutet das, wir wissen es, sie haben sehr, sehr viel im Keller. Das ist vielleicht sogar gut, dass es ein bisschen runter geht. Fürs Vermarkten ist es eh schon eine Herausforderung. In Frankreich, wir wissen auch da Bescheid, die stellen 260 Millionen Euro zur Verfügung für die Krisendestillation, weil zu viel Wein da ist, spielt die nicht wirklich in die Karten. Wir haben schon gehört, dass die Lese in Frankreich dieses Jahr ähnlich ertragreich werden wird. Wir haben über große Trauben gesprochen in der Champagne unter anderem, die natürlich vermuten lassen, dass dort die Lese auch größer ausfallen wird als sonst. Das ist eher so eine Statistik, die dem Markt sagt, ah okay, es tut sich mal wieder was, weil klassisch ist Spanien unangefochten auf der 1 und Italien und Frankreich waren immer so knapp zwischen 45 und 50 Millionen Hektolitern unterwegs auf Platz 2 und 3. Versuchen wir es einfach mal neutral zu sehen, Frankreich ist mal wieder auf Platz 2. Apropos Krisendestillation, es gibt jetzt die ersten Stimmen aus Deutschland, es gab einen Artikel im Meininger, der hieß Marktbereinigung. Deutschland hat in einem Krisenpaket einen Teil dieser 330 Millionen, die von der EU verabschiedet wurden, sind für die Krisendestillation abbekommen für die Weinbranche in Deutschland, oder für die Getränkebranche, sagen wir es mal so, 6,5 Millionen Euro. Die gelten für Hopfengetränke, für Obstgetränke und entsprechend natürlich auch für Wein. Und sektorspezifische regionale Marktstörungen sollen damit ausgeglichen werden. Schöne deutsche Formulierung. Die Weinbranche wird davon wahrscheinlich nur minimal betroffen sein, aber tatsächlich geht es hier um 100.000 Hektoliter Wein, die vom Markt genommen werden dürfen oder sollen. Das gilt allerdings nur für Rosé und Rotwein, was durchaus spannend ist, weil das Verhältnis in Deutschland ist ja doch eher auf der Weißweinseite unterwegs. Also wir reden von zwei Drittel weiß, ein Drittel rot. Und die letztjährige Rotmost-Ernte beläuft sich laut dieses Artikels auf 3,0, also knapp 3 Millionen Hektoliter. Und davon dürfen 3,3 Prozent in irgendeiner Form in eine mögliche Krisendestillation gegeben werden. Ob das jetzt durchgeht, sei nochmal dahingestellt. Die Deutschen liebäugeln jetzt also auch damit. Das bedeutet zu viel, wie so langsam hat es jedes klassische Weinbauland mindestens einmal ins Gespräch gebracht. Wenn ich jetzt mal so die letzten 20 Pinot-Pixel-Folgen Revue passieren lasse. Spanien, Italien, Frankreich, Portugal. Jetzt sind die Deutschen auch mit dabei. Also offensichtlich haben wir einfach viel zu viel Wein. Ich bin sehr gespannt, was die einzelnen Länderorgane dafür tun können. In der letzten Folge war das, fand ich sehr, sehr plakativ, sehr, sehr gut rausgekommen, dass Österreich mit knapp 40 Prozent der Rebfläche von Deutschland viel, viel weniger Wein macht. Weil natürlich auch dort die Dichten der Reben in den Weinbergen niedriger sind. Aber weil eben dort vielleicht auch die Konzentration an Qualität, an qualitativ hochwertig gemachtem Wein. Ich verwende bewusst nicht den Begriff Qualitätswein, weil das natürlich auch eine geschütze Sache ist. Es gibt viele Betriebe, die geben ihre Weine nicht in die Qualitätsprüfung, machen aber durchaus sehr, sehr gutes Zeug. Sprich, die Erträge sind einfach niedriger. Das ist sicherlich eine Sache, die man durchaus fokussieren könnte. Wir haben auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass in Deutschland viel, viel weniger deutscher Wein getrunken wird von den Konsumentinnen und Konsumenten als ausländischer Wein. Und wenn ich sage, ich mache in Deutschland vielleicht mehr Qualität und gehe weg von diesen ganzen Massenproduktionen, könnte ich das auch wieder nach oben heben. Also ich bin sehr gespannt, was wir insbesondere vom DVI da in den nächsten Monaten und Jahren sehen werden. Dann so zwei, drei Dinge aus der Branche, die uns nicht so gefallen haben die Woche. Ich möchte sie trotzdem ansprechen, weil sie doch den ein oder anderen Einfluss haben auf Wein, auf Gastronomie. Das Erste ist, wir hatten brutale Hagelstürme in Deutschland und in Österreich. In Deutschland ist es schon der Zweite nach dem 25. August. Und hier sind zwei Karten drin. Das sind hauptsächlich Gebiete in Rheinhessen, die da betroffen sind. Also knapp 600 Hektar waren jeweils betroffen. Am 25. August und dann jetzt nochmal am 12. September. Da gibt es Betriebe, die haben 100% Ausfall. Und das waren Golfball-große Hagelkörner. Und wenn ihr euch das einfach nochmal bildlich vorstellt, das sind Hagelkörner, die zu Hunderten wie Golfbälle vom Himmel fallen. Das kann auch wirklich schmerzhaft sein und wehtun, wenn Menschen dabei sind, draußen sind in der Natur. Für Autos ist das eh nicht geil. Also die Versicherungsbranche hat da sehr, sehr viel auch mit zu tun gehabt und ordentlich Schäden natürlich zu verzeichnen gehabt. Die Reben werden natürlich dabei langfristig vielleicht sogar geschädigt. Also wenn ihr euch das vorstellt, da werden ja nicht nur die Trauben und die Blätter zerstört, sondern wenn die Hagelkörner so groß sind, dann können auch Triebe beschädigt werden, vielleicht sogar die Grundstöcke, die Rebstöcke. Und das ist natürlich eine Sache, die ich nicht nur in diesem Jahr habe, sondern vielleicht auch im nächsten Jahr. Und so eine Hagelversicherung, die ist sicherlich auf eine Fläche, auf einen Hektar prozentual mit einer bestimmten Summe versichert. Nur wenn euch das dann in einen Qualitätsweinberg reinballert, dann ist das nicht mal ansatzweise das, was da kompensiert werden kann über so eine Versicherung. Es ist so ein kleiner Trost plus die Gefahr, dass natürlich nächstes Jahr vielleicht die Rebe auch noch geschädigt wird. Und das ist nicht nur in Deutschland passiert, sondern auch in Österreich, im Krems und im Kamptal hat es auch ordentlich runtergehagelt. Die Hagelversicherung dort spricht von 1,5 Millionen Euro in betroffenen Weingärten. Auch da ziemlich hohe Schäden, Ausfälle bis zu 100 Prozent bei einigen Weingütern sehr, sehr unschön. Vor allem, wenn es so kurz vor der Lese passiert, ist das unglaublich schmerzhaft, auch als Betrieb. Und für so Zahlen im Ort Langenlois fielen innerhalb einer Stunde mehr als 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Also das kam on top noch bei dem Hagel dazu, dass ich dann vielleicht auch noch irgendwelche Überschwemmungen habe, dass die Reben dann im Wasser stehen, dass Dinge weggeschwemmt werden, dass vielleicht sogar der Boden abgetragen wird in den Weinbergen, wenn ich so ein bisschen Gefälle habe. Alles nicht cool. Das sind eben alles diese Auswirkungen, die wir mehr und mehr jetzt spüren werden durch den Klimawandel. Und traurigerweise gibt es auch in der Branche immer noch Menschen, die das leugnen. Und dafür ist einfach viel zu viel passiert in den letzten fünf Jahren. Gibt uns sehr zum Nachdenken. Auch tragisch, auch kritisch. Es gibt eine Bar in Bordeaux, in der Stadt Bordeaux, Chin Chin. In der war ich selbst schon, deswegen hat mich das so ein bisschen doppelt berührt. Die machen relativ viel selbst. Fermentierte Früchte, hier ging es um Sardinen und eben auch um Fleisch. Oder Fleisch- und Fischprodukte dort waren tatsächlich mit einem bestimmten Bakterium verseucht. Und da sind jetzt Personen aus Deutschland, Kanada und den USA, weil es eben hauptsächlich internationales Publikum hat, sind dort mit Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und eine Person ist sogar leider verstorben. Und ohne das jetzt groß ins Detail aus Baldofern zu wollen, zu sehr ins Detail zu zerlegen, das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Also wenn ihr in den letzten zwei Wochen, es ist genau die Rede vom 4. bis zum 10. September, wenn ihr dort in dieser Bar wart, geht bitte prophylaktisch zum Arzt und lasst euch durchchecken. Das sind Symptome, die jetzt nicht so alltäglich sind, die jetzt auch nicht so gefährlich sich vielleicht am Anfang anfühlen. Es geht los mit Müdigkeit, Schwäche und dann so dem Gefühl, dass man so ein bisschen dizzy im Kopf ist. Und das geht dann weiter damit, dass einem nach und nach der Mund austrocknet und dass man echt Probleme kriegt beim Schlucken und beim Sprechen. Und wenn ihr euch das jetzt mal vorstellt, wenn ihr vielleicht ein bisschen müde seid, weil ihr zu lange gefeiert habt oder weil ihr zu lange unterwegs seid oder viel gearbeitet habt oder was auch immer und dann noch wenig trinkt, sind das natürlich Dinge, die dann mit deckungsgleich wären. Aber wenn ihr seit Anfang September mal in dieser Bar wart, geht bitte einfach zum Arzt und lasst euch checken. Das kann sehr, sehr böse enden. 10% dieser Erkrankungsfälle enden sehr, sehr kritisch. Ein weiterer Punkt. Es hat nicht nur gehagelt, sondern es hat auch Angriffe gehagelt, nämlich bei Wein & Co. Wein & Co. wurde Opfer einer Cyberattacke, bei der Kundendaten gestohlen worden sind. Wein & Co. ist dann relativ schnell an die Öffentlichkeit damit getreten und hat gesagt, hey, folgende Daten sind verloren gegangen. Es sind persönliche Daten, Adressdaten und Bestelldaten. Es sind keine Bank- oder Zahlungsdaten nach außen gegangen. Die werden bei einem Dienstleister gehalten und es ging auch ausschließlich um Kundendaten aus dem Webshop. Sie haben es mittlerweile gefixt. Sie haben ein Unternehmen gehabt, das den Angriff gestoppt hat und das Loch sofort gestopft hat. Die Daten sind eben draußen. Sie versuchen gerade noch herauszufinden, was das Ausmaß des Ganzen war. Da sitzt jetzt ein Experten-Team dahinter und die betroffenen Kunden wurden informiert. Ich bin auch mal Kunde gewesen im Webshop von Wein & Co. Ich habe keine Info bekommen. Das heißt, es scheint zumindest nicht alle Personen betroffen zu haben. Ich finde es gut, wenn sowas sofort zur Anzeige gebracht wird. Es gibt durchaus Betriebe, die halten damit ein bisschen hinten vor. Aber finde ich es einen sehr, sehr guten Schritt, dass man das sehr, sehr schnell, sehr publik macht und auch auf die Leute zugeht. A, um natürlich da zu sensibilisieren. B, um auch die Leute zu informieren und das Ganze im Rahmen zu halten. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen weg von diesen etwas schwierigeren, traurigeren Meldungen zu den interessanteren und zu den vielleicht auch etwas positiv behafteteren Dingen. Wir haben ja so eine Sparte Wein & Tech, wo wir oft auch mal über AI und Kryptotechnologie, Blockchain, Metaverse und sowas reden. Und insbesondere das Letzte, diese Metaverse-Geschichte oder sagen wir mal Virtual Reality in verschiedenen Ausprägungen, ist jetzt auch von Jack Daniels aufgegriffen worden. Jack Daniels hat eine VR-Experience gelauncht. So zumindest der Presseartikel. Ich habe eine Weile versucht, das zu finden und irgendwie Zugriff darauf zu kriegen. Es war einfach nicht möglich. Es gab diese Pressemeldung, in der drin steht, dass sie eben zu Ehren der 50er Jahre Hip-Hop, unter anderem mit Bands, mit regionalen Bands aus den USA, aus Brooklyn und auch aus Atlanta, ein Metaverse, ein Multiverse, eine digitale Welt geschaffen haben, wo Kunstwerke ausgestellt werden, wo so eine Art digitale Kunstgalerie vorherrscht, durch die man sich dort bewegen kann. Und eben diese Partnerschaft mit Jack Honeys auch den Hip-Hop huldigt. Ich hätte es mir gerne angeschaut. Ich konnte leider nicht viel dazu rausfinden, auch nicht, wie es technisch aufgesetzt wird, wie das funktioniert. Es gab diese Pressemitteilung, die sagt, ja, wir machen das deswegen ABCD. Nur ich bin leider nicht rangekommen. Sie nutzen dafür natürlich AI. Vor einem Jahr hätte wahrscheinlich noch Blockchain drin gestanden. Es sind einfach Buzzwords gerade im Marketing. Und ich weiß nicht, wer die Apple Keynote gehört hat zum neuen iPhone 15. Auch da ist mittlerweile das Wort Generative AI sehr, sehr häufig drin. Es ist nun mal gerade in aller Munde und wird sehr, sehr viel benutzt. So auch hier. Lukas war da immer sehr, sehr kritisch, der immer hinterfragt. Ja, aber was genau ist jetzt AI, Machine Learning dahinter? Fakt ist, es ist eine virtuelle Welt, in der man sich bewegen kann. Wann, ob und wie das passiert, erfahrt ihr wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen. Dann, aus Marketing-Sicht, sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. Michelin hat ein besonderes Dinner abgehalten. Und ich will jetzt gar nicht viel auf dieses Dinner eingehen, sondern vielleicht mal ganz kurz mit euch auf die Reise gehen. Was ist eigentlich Michelin? Michelin kennen viele von uns ja entweder aus der Gastro- oder aus der Autowelt. Grundsätzlich ist Michelin, oder Michelin, wie wir es im deutschsprachigen Raum ja nennen, eine Reifenfirma. Die machen Reifen seit 120 Jahren ungefähr und sind auch damit gestartet. Also der Guide Michelin, den wir aus der Gastro kennen, dieser mittlerweile größte Reiserestaurantführer der Welt, ist im Jahr 1900 ins Leben gerufen worden. Und 1890 ist die Reifenfirma gegründet worden. Und mal aus Marketing-Sicht einer der geilsten Coups in der Geschichte der Gastronomie, wie ich finde. Und natürlich auch in der Automobilwelt. 1890 ist die Reifenfirma gegründet worden. Da gab es sehr, sehr wenig Autos auf dem Planeten. Und dann hat Michelin gesagt, hey, wenn wir jetzt anhand der üblichen Strecken, wo die Leute ja mit ihren Autos langfahren, so Tipps abgeben, was sie sich dort so anschauen können, dann bringen wir vielleicht mehr Autos auf die Straße und somit auch mehr Reifen. Also kam im Jahr 1900 dieser Guide Michelin heraus, gratis damals. Und das war einfach nur so die nächste Tankstelle, eine kurze Anladung für die Strecke, vielleicht so ein paar coole Hotspots, das, was quasi Google Maps heute auch mit uns macht. Und in den 20er Jahren haben die dann gesagt, hey, wir könnten ja Restaurants an den Strecken mit reinnehmen, könnten Kritiken veröffentlichen über diese Restaurants, also Bewertungen, und den verkaufen. Und das haben die dann gemacht. Und dann gab es quasi wie so eine Art Führer für die ganzen Restaurants auf allen möglichen Straßen Europas. Und das Ding ist mittlerweile mit 30.000 Restaurants und Gastronomiebetrieben versehen. In mehr als 40 Ländern weltweit ist eine der renommiertesten Unterlagen dafür schlechthin. Und viele Betriebe nutzen natürlich auch ihr entsprechendes Ranking im Guide Michelin für ihre Außenkommunikation. Und dem zu ehren hat Michelin jetzt eine Veranstaltung gehabt, die hieß 1,6 Millimeter. Das war das Motto im Restaurant Ochs und Klee. Haben sie versucht, so ein bisschen das Storytelling von der Reifenwelt und der Weinwelt zusammenzubringen oder der Gastronomiewelt. Warum 1,6 Millimeter? Die Autofreaks unter euch wissen das. 1,6 Millimeter ist die Mindestprofiltiefe für Reifen, damit ich sie noch fahren darf. Fand ich einen sehr, sehr spannenden Fakt in diesem Artikel. 1,6 Millimeter ist ja die Mindestprofiltiefe, die ich noch haben darf. Und normalerweise werden Reifen aber zwischen 3 und 4 Millimeter tatsächlich dann entsorgt und nachgerüstet. Und Michelin hat das Ziel, eine Sicherheitsgarantie zu geben für Reifen mit 1,6 Millimeter Profil. Und was dann passieren würde ist, wenn die Menschen das runterfahren bis auf 1,6 Millimeter, wären theoretisch 128 Millionen Reifen und 6,6 Millionen Tonnen CO2 Einsparung pro Jahr weltweit möglich. Das ist unglaublich, was da für ein Potenzial dahinter steht. Und wenn man eben sagt, hey, die Reifen schaffen das, auf diese 1,6 Millimeter runterzugehen. Und tolle Philosophie, spannende Statistik tatsächlich auch. Und in diesem Essen haben sie jetzt natürlich versucht, das Ganze so ein bisschen aneinanderzureihen, ein bisschen spannend zu verkaufen. Es ist zum Beispiel in Reifen bei der Herstellung werden Sonnenblumen und Orangen verarbeitet, weil die Füllstoffe zur Performance der Reifen beitragen. Und die haben das natürlich dann ins Gericht eingebaut. Sie haben so einen Sonnenblumenkopf gebraten mit Kumquats, dann in so einer Pasta gefüllt. Also phänomenal. Sehr, sehr spannend fand ich auch die Argumentation. Michelin hat einen Reifenabrieb von 95 Gramm. Durchschnittliche Reifen haben 122 Gramm. So, und jetzt haben sie die 95 Gramm genommen und haben gesagt, hey, wir machen ein Gericht mit Wintertrüffeln und hobeln da Trüffel rüber und nehmen diese symbolischen 95. Sie haben aber noch ein Komma dazwischen gemacht, weil 95 Gramm wäre dann vielleicht ein bisschen viel gewesen. Sie haben dann 9,5 Gramm Wintertrüffel darüber gehobelt. Dann hatten sie auch noch sehr, sehr schön so einen Silikonabdruck von einem Reifen, den sie dann quasi nachgestellt haben auf dem Tablett als Dessert, dass ich diese 1,6 Millimeter dann als, ich glaube, Rhabarber- und Apfelgericht, genau, konnte ich dann quasi als Deko auf meinem Teller sehen. Also, super spannende Geschichte. Für die, die Michelin nur aus der Weinwelt kennen, wissen jetzt, ah, warte mal, da steckt tatsächlich das Reifenunternehmen dahinter. Oft gibt es ja auch einfach nur namentliche Zufälle, die das deckungsgleich machen. Die, die es aus der Autowelt kennen, wissen jetzt, ah, okay, es gibt auch diesen Guide. Vielleicht nehme ich den mir mal mit, wenn ich das nächste Mal auf der Reise bin. Bücher lesen soll ja auch noch ganz cool sein heutzutage, habe ich gehört, und nicht nur mit Google Maps und Co. unterwegs sein. Wenn auch die Rezession da natürlich ein bisschen breitfassender, aber eben auch hedonischer sind, für alle anderen, die es eh schon wussten, ist es eine coole Story zum Nachlesen, packe ich euch in die Shownotes. Zum nächsten Marketing-Gag. Der war ein bisschen strange, als ich ihn gelesen habe. Es gibt eine Region in Österreich, im österreichischen Weingesetz, die Rosalia DAC. Die ist bekannt für Blaufränkisch-Weine und auch für Rosé. Und just gerade in diesem Moment, am Freitag ab 10 Uhr, starten die eine Werbekampagne, eine Marketing-Kampagne vor der französischen Botschaft, wo sie mit so plakativen und auch provokativen Plakaten ins Rennen gehen. Ich mache es hier mal kurz auf. Rosalia not Provence. Rosalia DAC Rosé, the origin of Rosé. The origin of Rosé liegt in der Rosalia. Und mir war das komplett neu. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie kommen die da drauf? Wieso ist das so, dass sie nach außen gehen mit der Kommunikation, dass der Ursprung des Rosé in der Rosalia liegt? Ich habe gute zwei Stunden recherchiert und es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt dafür, dass das wirklich so ist. Ich freue mich für die Rosalia. Wenn sie es schaffen, durch so eine Marketing-Kampagne, wo sie auch ein bisschen provozieren, darauf aufmerksam zu machen, hey, bei uns gibt es coole Rosés. Und selbst wenn das nur zwei, drei kleine Betriebe machen, ich glaube, es sind insgesamt acht Betriebe, die da beteiligt sind, ist das total fein, wenn man dadurch ein bisschen, sage ich mal, mehr Aufmerksamkeit möchte. Und es gibt ja auch gute Beispiele für Weingüter, die sich auf Rosé spezialisiert haben, wie die Pia Strien zum Beispiel. Die hat es geschafft, dass Rosé wieder ein cooles Image kriegt. Total fein. Mit der Kommunikation nach außen zu gehen, dass der echte Ursprung des Rosé-Weins in der Rosalia liegt, finde ich nicht so geil. Jetzt habe ich mal bei denen auf die Webseite geschaut. Da steht der Ursprung des Rosé auf der Webseite von Rosalia.de. Da steht, unsere Vergangenheit fühlen wir uns ebenso verpflichtet wie der Zukunft kommender Generation. Dann kommt was mit dem Wappentier. Deshalb dürfen wir voller Stolz behaupten, in der Region Rosalia ist der Rosé zu Hause viel mehr noch. Doch hier liegt nicht nur der Ursprung des Rosés, hier liegt auch dessen Zukunft. Und wenn ihr euch jetzt mal durch die Geschichte des Weinbaus bewegt, durch die Geschichte auch des Rosés, gibt es da sehr, sehr spannende Entwicklungen. Viele von euch wissen ja, das hat vor 8.000 bis 10.000 Jahren mal um den Kaukasus herum in Georgien angefangen und ist dann so nach und nach auch über die Römer, über das Römische Reich nach Europa getragen worden und dann so nach und nach so in Zentraleuropa verteilt. Das ist dann diese sogenannte alte Welt. Und mit der Kolonialisierung der Welt, 1492, ja dieser erste Step von Kolumbus in Richtung Amerika, wie es heute heißt, kam dann danach so dieser Austausch, wo die ganzen Reben auch in die neue Welt getragen worden sind. Das ist erstmal so generell Weingeschichte. Man hat natürlich früher ganz andere Weinbaumethoden gehabt. Man hat Wein gemacht, manuell, vielleicht mechanisch, die haben das gestampft mit den Füßen und so weiter. Das heißt, die Extraktion war noch eine ganz andere. Das heißt, die ersten Rotweine, die waren gar nicht so dunkel vielleicht. Und Rosé, wie wir ihn heute kennen, der ja faktisch aus roten Trauben gemacht wird, die aber nicht so lange mit dem Saft nach dem Pressen in Kontakt bleiben, dass sehr, sehr viel Farbe extrahiert wird, sondern vielleicht nur ein paar Stunden oder maximal ein paar Tage, dann ist das einfach hellroter bis hin zum rosa. Und es gibt ja durchaus auch Rosés von der Provence, durch die ihr Zeitungen lesen könnt, die ja quasi fast weiß sind mit so einem Hauch Rosé-Farbe. Der Ursprung des Rosés ist jetzt nicht wirklich dokumentiert, dass irgendjemand irgendwann gesagt hat, das ist jetzt Rosé. Nur es gibt schon Nachweise in der Geschichte, dass im Mittelalter, im 12. Jahrhundert, im Römischen Reich, Getränke vorkamen, auch in Südfrankreich vorkamen, die eine hellere rote Farbe hatten. Und das erste, wo es tatsächlich in die offizielle Kommunikation ging, diese Weine heißen Rosé und sind gedacht für leichte Sommerabende, für den lockeren Weingenuss, insbesondere von roten Trauben, das waren in den 1930er Jahren in Südfrankreich. Die Franzosen haben nämlich in den 30er Jahren eingeführt, dass ihre Feiertage plötzlich bezahlt werden. Und dann hatten die plötzlich mehr Freizeit, die sind ans Meer gefahren, die haben sich ein bisschen entspannt, die hatten vielleicht zwei, drei Euro übrig und davon haben sie unter anderem Rosé gekauft. Und das war tatsächlich der Auslöser für den ersten Boom des Rosés in den 30er Jahren. Dann kam dazu, dass natürlich die Techniken viel, viel besser wurden. Ich konnte sehr viel sauberere Weine produzieren im Rosé-Bereich. Ich konnte sehr, sehr viel dunklere Rotweine durch Extraktionsverfahren machen. Und dann hat sich das nach und nach viel, viel stärker abgegrenzt. Und so sehr ich der Rosalia wünsche, dass sie ein bisschen erfolgreicher noch werden in der Vermarktung ihres Rosés und ich das auch cool finde, dass sie solche Schritte machen, die auch sehr provozierend sind. Es gibt kein Indiz dafür, dass das Verbauch entstanden ist. Vielleicht ist es der Ursprung des Rosés in Österreich. Auch das ist, zumindest habe ich es bei der Recherche nicht rausfinden können. Bitte schickt mir alles, was ihr dazu wisst, wenn ihr das teilen möchtet, an podcast.pinopixel.com oder schreibt es mir hier gerne in die Kommentare bei YouTube oder schickt mir auf Instagram eine Nachricht. Was auch immer, sucht irgendeine Variante, mich zu kontaktieren und schickt es rüber. Ich bin sehr gespannt. Ich habe leider nichts dazu gefunden. Gucken wir mal, wie die Aktion gelaufen ist. Vielleicht gibt es was auf Instagram dazu, dann sprechen wir das nächste Mal darüber. Jetzt erst mal Daumen drücken für Rosalia und Rosé. In Österreich und auch in Deutschland natürlich gibt es gerade auch eine andere Zeit. Die Sturmzeit oder die Federweißerzeit, wie sie in Deutschland heißt. Was ist das jetzt? Sturm, Federweißer sind im Endeffekt unterschiedliche Namen für das gleiche Produkt. Das ist Wein, der mitten in der Gärung steckt. Was machen also die Betriebe? Die hauen ihren Most in den Tank, in den Fass, was auch immer. Der fängt an zu gären und was ja dann passiert ist, die Hefe futtert und futtert und futtert und der Zuckergehalt wird langsam abgebaut und der Alkoholgehalt steigt damit, weil die Hefe während sie Zucker frisst fleißig als Abfallprodukt CO2 und Alkohol produziert. Das heißt, was kriege ich dann ins Glas, wenn ich einen Federweißer am Anfang der Gärung bestelle? Hier, ihr kriegt ein bapsüßes Getränk mit ganz wenig Alkohol und ein bisschen CO2. Und das ist mitten am Gären, weil die Hefen sind da ja drin. Und je weiter ihr an das fertiggestellte Produkt kommt, desto niedriger wird der Zuckergehalt, desto höher wird der Alkoholgehalt. Und jeder sollte dann natürlich schauen, wo so sein Geschmacksbereich liegt. Und deswegen schmeckt das Zeug auch so unterschiedlich. Aber das kann irgendwie 3% Alkohol haben und weiß ich nicht, 80 Zucker. Es kann aber auch irgendwann 12 Alkohol haben und nur noch 5 Zucker oder sowas. Ich weiß nicht, ob man das da noch rausgibt zum Verkauf, aber irgendwo so zwischendrin bewegt sich das. Und die ÖWM, die ja generell eine ziemlich coole Marketingkommunikation macht, hat jetzt hier das zusammengeschrieben. Was ist ein Sturm? Warum gibt es das und was steckt dahinter? Und die Fakten, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Also das Einmaleins des Sturms für Österreich gilt ähnlich für den Federweißer in Deutschland. Sturm ist teilweise vergorener Traubensaft, zu 100% aus Österreich. Also ich darf nichts als Sturm labeln, wo die Trauben irgendwie von international kommen. Die müssen aus Österreich sein. Der Verkaufszeitraum ist beschränkt auf den 1. August bis zum 31. Dezember. Und es ist damit das letzte saisonale Produkt Österreichs. Die Flaschen sollten stehend gelagert werden. Sie werden nicht ganz verschlossen, weil da sonst eben der Druck entsteht. Deswegen sifft das so ein bisschen raus. Und der eine oder die andere, die da zuhört, die das früher nicht wusste, ich habe diese Erfahrung aufgemacht, du kaufst so eine Flasche, legst sie in den Kühlschrank, weil liegend lagern, Platzproblem, was auch immer. Und dann sifft das den Kühlschrank voll. Also es kann passieren, also bitte stehend lagern, damit das CO2 raus kann, weil das Zeug gärt ja noch vor sich hin. Das prickelt leicht und ist so eine Mischung aus süß-herbem Geschmack, weil da ist Zucker drin, da ist Säure drin und irgendwann entsteht natürlich auch der Alkohol. Speiseempfehlung für Österreich. Bretteljause, also so eine Art Wurst- und Käseplatte, mit sauren Gurken drauf meistens noch, hausgemacht bei den Weingütern, was ich jetzt besonders witzig finde, ich glaube, das ist eher so ein österreichisch-regionales Ding, beim Anstoßen die linke Hand verwenden, wahrscheinlich, weil man mit der rechten, wahrscheinlich parallel die Bretteljause isst, und Mahlzeit statt Prost sagen. Das war eine meiner ersten Erkenntnisse in Österreich. Da sagt man nicht guten Appetit oder Prost, die sagen Mahlzeit. Sobald die was futtern, sagen die Mahlzeit, total fein, also das gilt für Österreich. Und ich glaube so vom Grundkonstrukt her, dass das gerne Traubensaft ist, der so langsam weinen wird, dass das primär aus Deutschland kommen soll, ist das Gleiche für den Federweiser. Bisschen auf den Bauch hier aufpassen, weil zu viel davon, das grummelt dann vielleicht im Bauch. Grundsätzlich ein ganz, ganz nettes Getränk, dass man das ein oder andere Mal genießen kann. Vom einem Saisonprodukt zum nächsten, und das ist eigentlich kein Saisonprodukt. Mittlerweile ist es ein Saisonprodukt, aber es ist einfach das Volksfest der Welt. Das Oktoberfest steht an, startet ja bereits nächstes Wochenende und geht dann wieder für zweieinhalb Wochen in die Vollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Oktoberfest hat letztes Jahr durchbekommen, dass sie eine geschützte geografische Angabe sind. Das heißt, die Oktoberfest-Biere, die dort produziert werden, von insgesamt sechs Betrieben, die sind geschützte geografische Angabe und kommen natürlich jetzt, dieses Jahr, das erste Mal auf den Markt, dürfen bis zu 6,3 Alkohol haben, was vielleicht den einen oder anderen schon aus den Socken hauen kann. Nachdem es kleinere Getränke, Krüge als Mast nicht gibt, Mast ist mindestens ein Liter, so eine Mast ist schon, also abgesehen davon, dass das ordentlich Flüssigkeit ist, da ist auch guter Alkohol drin, das sind zwei Flaschen Bier, Leute. Und es gibt durchaus Menschen, die da so zwischen 5 und 15 Mast an einem Tag reinballern. Das kann schon aufs Gemüt schlagen, sagen wir es mal so. Fakt ist, es ist geschützt, es wird das erste Mal verkauft. Und sechs Brauereien sind daran beteiligt, das Augustiner, das Hackabschor, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten. Interessant dabei ist, nur ein kleiner Bruchteil ist tatsächlich auf dem Oktoberfest ausgeschenkt. Letztes Jahr waren es so viereinhalb Millionen Liter und ungefähr eine halbe Million Liter, also so knapp elf Prozent, haben nur den Konsum auf dem Oktoberfest gefunden. Der Rest wird dann in der Gastronomie und so weiter verkauft. Dieses Jahr rechnen sie mit sieben Millionen Liter Bier. Und wenn ich das jetzt mal hochrechne, dann gehen 700.000 über das Oktoberfest und der Rest geht wieder in die Gastro. Sehr, sehr spannender Ansatz, wie ich finde. Wer sich jetzt von euch fragt, was kostet denn das überhaupt? Ich habe hier mal die Übersicht der offiziellen Bierpreise der Wiesn für das Oktoberfest 2023. 12,60 bis 14,90 Euro ist die Price Range für einen Liter Bier, Leute. Das sind im Schnitt 6,5 Prozent mehr als im letzten Jahr. 6,12 um genau zu sein. Ich weiß nicht. Also klar, es war mal eine Tradition. Es ist ein Stück weit für viele Leute auch noch Tradition. Ich kenne Leute, die nehmen sich zwei Wochen frei, um dort entweder zu arbeiten oder zwei Wochen dort zu sein. Es ist für viele Leute auch Zeitpunkt, um Business zu machen. Es ist für viele Firmen der Ort, wo sie ihre Team-Events feiern. Also der sozial-gesellschaftliche Charakter ist total verständlich, fein. Mit Tradition hat es nur noch wenig zu tun. Es gibt diese Eude-Wiesen, wo man hin kann und sich auch noch die Fahrgeschäfte von 1920 oder so was, 20er Jahre anschauen zu können. Das ist ganz nett. Für 15 Euro Liter Bier ist mittlerweile schon echt verrückt. Und das eigentlich Krasse daran ist, ist, das ist ja nicht nur für das Bier so teuer. Ich habe das letzte Mal so berechtigt die Frage gestellt, gibt es da auch alkoholfrei? Ja, es gibt auch alkoholfrei und neben den klassischen Getränken wie Wasser oder Spezi, das geht ja auch ziemlich gut durch, gibt es auch alkoholfreies Bier. Und zwar in fast allen Festzelten, bis auf das Augustiner, das Schützen. Im Kufler-Weinzelt gibt es auch kein alkoholfreies Bier und die Feisinger Karsen-Weinstuben. In den restlichen gibt es alkoholfreies Bier, teilweise auch von den eigenen Marken. Das kostet genau das Gleiche, also eine alkoholfreie Masse kostet genau das Gleiche wie ein normaler Masse. Jetzt kommt aber eigentlich das Krasse. Wasser. Mineralwasser. Also wenn ihr einfach nur ein Wasser bestellt, egal ob still oder sprudelnd, das kostet im Schnitt 10 Euro den Liter. Das hat mich völlig aus den Socken hauen, als ich das gehört habe. Also das ist Wahnsinn. Und wenn ihr im Weinzelt seid, müsst ihr sogar 14 Euro einplanen dafür. Es gibt jetzt allerdings eine ganz coole Bewegung. Das sehe ich jetzt auch immer öfter, auch an öffentlichen Stellen. Es gab auch schon viele Flughäfen, an denen das diskutiert worden ist. Es gibt vier Trinkwasserstellen dieses Jahr im Oktoberfest, die nicht dafür gedacht sind, dass ihr euch irgendwie das Erbrochene irgendwo rauswascht. Dafür gibt es die Toiletten, sondern die Trinkwasserstellen sind dafür da, damit ihr einfach zwischendrin mal Wasser trinkt. Weil das, was für Weinverkostungen gilt, gilt natürlich auch für den Bierkonsum. Egal. Immer wenn ihr Alkohol konsumiert, habt im Kopf, trinkt bitte ähnlich viel Wasser wie alkoholisches Getränk. Beim Wein sagt man, auf den Liter Wein ein Liter Wasser, ungefähr die gleiche Menge. Beim Bier ist es so, wenn ihr auf die Mast denkt, ein Liter Bier, mindestens einen halben Liter Wasser dazu. Zum einen sorgt das dafür, dass ihr nicht dehydriert im Kopf und am nächsten Tag keinen Kater habt. Ist natürlich auch von der Menge abhängig. Wenn ihr euch zehn Mast reinstellt, dann nützen die fünf Liter Wasser auch herzlich wenig, außer dass ihr ständig auf die Toilette müsst. Es ist auf jeden Fall cool, dass es jetzt an vier verschiedenen Stellen auf dem Oktoberfest kostenfreies Trinkwasser aus den Münchner Quellen gibt. Und das solltet ihr auf jeden Fall nutzen, um dem Kater präventiv vorzubeugen. Von der einen Veranstaltung noch zu einer sehr, sehr anderen spannenden Veranstaltung, auf der ich auch sein werde. Die Wine Vision bei Open Balkan. Die findet dieses Jahr das zweite Mal statt. Es ist eine sehr, sehr große Weinmesse, die das Ziel hat, die Weine vom Balkan bekannter zu machen, plakativer zu machen. Ist offen für Fachpublikum und auch für Privatpersonen. Geht über vier Tage vom 16. bis zum 19. November. Und die Anmeldungen laufen als Weinpro, als Profi der Branche, kann ich mich dort registrieren. Dann läuft das durch so einen Anmeldeprozess. Das ist ähnlich wie bei der Wieninterlie. Dann kriege ich meine Verifizierung dazu. Und es gibt ein paar sehr, sehr hochrangige Gäste, die vorab eine Veranstaltung gemacht haben, um das Ganze in einem Business-Land im Steirer Eck zu besprechen und vielleicht auch so ein bisschen sich einzuschießen. Auf die Philosophie der Messe. Ich bin super gespannt auf diese Veranstaltung. Serbien ist aufstrebender Weinmarkt. Kroatien ist da dabei, die seit vielen Jahren sehr, sehr gute Weine machen. Moldawien, Serbien, Montenegro. Also das ist eine Region, die wir auf jeden Fall auf dem Schirm behalten sollten, die mittlerweile auch, weil Technik, weil Wissen freier verfügbar ist, richtig gute Qualitäten machen können, die nur auf wenigen Weinkarten bisher zu finden sind, weil sie vielleicht auch diverse Herausforderungen hatten in Vermarktung, in Kommunikation, in vielleicht dem direkten fehlenden Bezug zum europäischen Wirtschaftsraum. Kroatien hat ja jetzt vor kurzem den Euro bekommen und hat es da vielleicht jetzt noch einen Ticken einfacher. Slowenien hat den Euro schon länger. Nichtsdestotrotz super auftrebende Region. Ich bin sehr gespannt auf die Messe und auf winevision.biz findet ihr weitere Informationen und auch die Anmeldung, wenn es euch interessiert. Ich kann es euch ganz ans Herz legen. Den Link packe ich euch in die Shownotes. So und jetzt rein in die Celebrity Corner. Fangen wir an mit Cameron Diaz, Schauspielerin, hat eine eigene Weinlinie namens Avaline oder Avaline. Ich weiß gar nicht, ob das eine Anspielung auf die AVAs in den USA ist. Das kann gut sein. Auf jeden Fall, sie hat endlich die richtige Rebsorte für ihr Portfolio entdeckt und holt sich einen Pinot Noir rein. Es wird ein Französischer sein, der in ihr Portfolio aufgenommen wird. Nach eigener Kommunikation ist es ein Wein, der nach frisch gepflückten Kirschen und Himbeeren schmeckt. Also eine sehr, sehr fruchtige Variante. Wenn das der Wein hier auf dem Foto ist, dann hat er auch eine relativ helle Farbe und ist unter der Markte Avaline vermarktet. Und die ist sowieso, also die steht für biologisch produzierte, veganfreundliche Produkte und mit einer sehr, sehr transparenten Kommunikation. Avaline ist in der Branche durchaus mittlerweile Nummer und nach eigenen Aussagen sind sie die Nummer zwei der biologischen Weinmarken im Retail und tatsächlich die am schnellsten wachsendste in den USA, die mittlerweile in 42 Staaten plus Washington DC verfügbar ist. Um nochmal auf den Pinot Noir zu kommen, vielleicht kriege ich den hier irgendwo. Mal schauen, ob der im europäischen Markt verfügbar sein wird. Der soll in den USA 26 Dollar kosten. Das ist schon eine Ansage für einen leichten Pinot Noir aus Südfrankreich. Nur wie wir ja auch wissen, sind die Weine aus Europa, die es in den USA gibt, häufig in einem anderen Price Level unterwegs, durch Transport, durch steuerliche Geschichten und so weiter. Und vielleicht gibt es den ja irgendwann in Europa. Ich finde, das ist ja die Katze sehr ansprechend, sehr sehr cool. Relativ simpel gehalten, schaut fast aus wie so ein Aufkleber auf diesen Apothekerflaschen früher, die sehr sehr aufgeräumt, sehr sehr strukturiert waren. Da steht einfach mit schwarzem Text Avaline drauf, made with organic grapes und unten drunter dann die Zusätze, Storytelling, Persewell, also ganz nette Sache. Link dazu in den Shownotes. Von der einen Frau in der Weinbranche zur nächsten und wahrscheinlich zu einer der bekanntesten in der Weinwelt, Kylie Minogue, über die haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Die hat ja ihre eigene Weinmarke, ist sehr sehr präsent, gilt als die Hands-on-Dame in der Weinwelt aus der Celebrity-Ecke, weil die sehr sehr viel im Weinkeller verbringt, sich sehr sehr stark weiterbildet im ganzen Thema, überall ihr Gesicht dazu zeigt. Also sie ist nicht einfach nur das Shiny Face nach außen für die Marke, sondern die treibt sich auch wirklich im Weinberg und im Weinkeller rum und versucht da stärker reinzuwachsen, ist deswegen auch sehr respektiert in der Branche. Auf der Pro-Wein hat sie sich gezeigt, wie gesagt. Und diese Dame sucht jetzt einen persönlichen Sommelier. Also wer Interesse hat, mit Kylie Minogue durch die Welt zu jetten, sie dabei zu begleiten, ihre Marke zu repräsentieren, sie vielleicht auch in Weindingen zu beraten, insbesondere was Konsum und Genuss angeht, der kann sich jetzt bei ihr bewerben. Angeblich sind es 55.000 Pfund im Jahr, also so ungefähr 60.000, 65.000 Euro Grundgehalt. Fair enough. Wer daran Interesse hat, der darf jetzt die Bewerbungen schreiben. Der Artikel ist aus dem Mirror. Ich habe jetzt keinen direkten Link gefunden, aber ich bin mir sicher, wenn man da sich eine Weile durch das Internet bewegt, gibt es da irgendwo die Möglichkeit. Vielleicht macht sie das auch nur über ihr Netzwerk, hat es mal rauskommuniziert. Ich habe absolut keine Ahnung, aber ich finde es einen sehr sehr coolen Marketing-Move. Ja, soviel zu Kylie Minogue. Wer für sie arbeiten möchte, für den ist das vielleicht was. Zum Schluss noch zu einem alten Bekannten und da gibt es jetzt nicht unbedingt News, aber es gibt einen sehr sehr schönen Artikel aus dem Forbes. Snoop Dogg hat ein Interview gegeben, dem Forbes Magazine, die so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie kann es denn sein, dass ein Typ, der vor 30 Jahren sein erstes Hip-Hop-Album rausgeschmissen hat, das durchaus sehr kontrovers diskutiert war, der so ein Dirty Image hat, der eine eigene Cannabis-Brand hat, der 2020 in Wein eingestiegen ist, damals mit dem Kelly Red, mit auch einer sehr sehr offensiven Kommunikation, dass Wein nicht der Alltagskram sein soll, den es überall gibt, sondern Kelly Red ist eben anders als andere Weine. Er hat eine brutal gute Kooperation mit 19 Crimes, mit dieser Marke aus Australien, die mit ihm sicherlich auch nochmal einen zusätzlichen Wind erlebt hat. Er hat dann das Rosé dort reingebracht, er hat einen Weißwein mit reingebracht und das ist für beide Seiten sehr, sehr gut. Und dieser Artikel redet so ein bisschen darüber, wie ist die Personal Brand Snoop Dogg vom Hip-Hopper vielleicht auch zu einem Businessman geworden, was steckt alles dahinter, was sind so seine Erfolgsfaktoren, sehr, sehr spannender Artikel. Den lege ich euch sehr ans Herz, schaut euch das mal an, weil das kann durchaus auch eine Blaupause für andere Leute sein. Was ich dabei sehr spannend finde, ist, dass man seine Brand, seine Personal Brand entwickeln, weiterentwickeln, erweitern kann, ohne seine Authentizität zu verlieren und gleichzeitig Branchen zu adaptieren, an die man vielleicht nicht direkt denkt. Ich meine, wenn ich ein Hip-Hopper bin und sitze da in meinem Chevy oder Cadillac oder was auch immer und wipp da durch die Gegend und mache Gangster-Rap und habe dann vielleicht irgendwann eine Cannabis-Produktion an der Hand und mache da Business, okay, das liegt nah beim Wein vielleicht nicht so und trotzdem finde ich, habe das sehr, sehr cool geschafft, ist ein echtes Aushängeschild in meinen Augen für die Branche, wie man seine Personal Brand erweitern kann und trotzdem immer noch der Typ sein kann, der man vor 30 Jahren war. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende, viel Spaß bei der Lese, viel Spaß beim Genießen von Federweißer und Sturm in allen Ecken, in denen ihr unterwegs seid. Wir hören uns nächste Woche wieder am Mittwoch. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.